Und das ist auch ein Mitgliedsring. Und alle drei sind vom Superball? Genau. Krass. Wenn man eingibt bei Google sieht man ja, wenn Cowboys Superball gewonnen hat. Und der hier, der hier vom welchen Superball ist der? Der ist von 97. Okay. 93, 94, 97. Alter. Da kommt man halt ein bisschen rum.